Herzlich willkommen zur heutigen Folge hier Führung Wir fahren jetzt einen Kurs ein Wir fahren jetzt einen Kurs ein Wir fahren jetzt einen Kurs ein Für die Hauptlage Wenn wir uns kurz einstellen Und wir fahren mal den Kurs hier an Wir beginnen mit dem Kurs Und fahren wir los Das mache ich deswegen Weil wir haben ziemlich viel Roll Und Das Problem ist Ich will da nicht verschärfen Das Kurs ist ja da Das wird genutzt Das heißt Wir müssen es heute mal zu belagern Weil der Luftfahrtabrik ist auch voll Aber der nächste Winter kommt bestimmt Und wir fahren jetzt Wir fahren jetzt entsprechend Kurs ein Zum Hauptlage Und dann Fahren wir jetzt zurück So Jetzt noch mal hier an Das ist ein bisschen ja blöd sein Wenn wir das hier aufs Spaß haben Und wir würden immer noch arbeiten Wir haben jetzt unseren Rüberg einstellen Auf die Lage Und dann meinen Kurs Aber Fährt man auch nicht Ne Mit dem Lager haben Dann kannst du die noch rein Das ist quasi So Graf gegen Graf gegen Das war wohl Ein paar Akkommunen Ein Fahrzeug Eigentlich hoffe dass wir bald Weizen angefangen haben Wir haben eine Weizen Das ist Und Wenn wir Wir haben Wir sind Wir haben Danke für die Ecke, ne? Ja, ne du? So, Ende. Kurz schauen. Voll. Dankeschön. Das scheint zu funktionieren. Wir werden mal ganz kurz den Kurs speichern. Das ist ein Jäger. Da haben wir hier noch brä sidet. Ja, hier. Das ist ein noch nicht. Wir haben auch noch ein kавлив. Doch doch. Dann war es so, dass es ein bisschen, dass es nicht so ist. Das ist wirklich schade, wenn wir das jetzt nicht klappt, dann noch das nächste Mal machen. Ich schalte große Datenmengen zu so arbeiten hier. Die Aufnahme beendet wurde auf einem Datenstand. Die Aufnahmen wieder versaut sind. Räußerst ärgerlich. Aber nicht ganz hart, wenn ich ruhig bin. Gibt es scheiße funktionieren. Alles gut. Gut, dann machen wir da jetzt fast. Dann geben wir den Kühn jetzt Wasser. Wasser. So, habe ich hier auch schon fast. Dass wir hier nicht irgendwelche Ruckler haben oder sowas. Wenn wir die Aufnahme nicht zu lang machen, maximal 15 Minuten, dann können wir immer noch sagen, oh shit oder besser. Und da können wir gleich mal den Tieren nicht wegfahren. Lkw. 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 Das war nicht voll. Gut, egal. Wurscht. Ich bin von der Wicks. Die Zeit. Ich möchte ja nicht zu... Wenn du es schlecht willst, musst du zu lange machen. Muss ich ein bisschen einstellen. Nicht hier. Oder ich muss ja zumindest die Aufnahme auf Light-Niveau machen, die... ... die Holger kann man fährt. Mager was rein. Die ganze... ... hat die ganze Holger verlehrt. Mager voll. Also wie gesagt. Und eins ist einzugefahren und alles. Weil ich möchte das Gras ja... ... möchte das Gras ja düngen. Also... ... ist... ... wäre unsinnig, wenn wir das jetzt nicht... ... zu schnell fahren würden, weil dann... ... wächst das Gras. ... 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